Das Ende kommt immer näher hier bei Tales of Arise mit einem Team was epischer nicht sein könnte und vor allem auch modischer nicht sein könnte. Unser neuer Elfen mit dem Gewand aus Gum-Arterlis was ihm das bedeuten soll. Zermonilne Kleidung, ok gut, wird es schon erwähnt. Oder hier für Shiona eigentlich das Naori Outfit. Hier natürlich von Dua Lim ganz klar sein typisches Standard Outfit, weil ich finde es ist einer das Beste was er aktuell so hat, bis auf die Waffe. Die haben wir ausgetauscht. Dann bei Kisaro einfach mal alles in schwarze, ein bisschen dunkler, in grau und so gehalten. Sieht episch aus. Und natürlich auch bei ihr darf natürlich die Tradition der Eulentracht nicht fehlen, weil ich meine was wäre sie ohne ihre Eulen? Und Lor, der ist natürlich auch ganz gewohnt in den Eulen, ich wollte gerade sagen, Eulen, Eulen, Wolle, da dachte ich mir so, hä, was Eulen? Ne, Wolfs. Wolfstrach natürlich gekleidet. Als Waffe habe ich jetzt mittlerweile mal für den Renäischen Cestus erschienen, der auch ganz gut aussieht. Weil hier, die Wolfs klingen, die waren zum Teil, sahen sie seltsam aus im Bild. Das ist der einzige Grund. Und jetzt geht es weiter. Im Text. Ob zumindest mal. Wir haben noch ein Gespräch auf E1 und legen wir natürlich direkt mal los. Wir haben noch ein paar Jahre, wie diese Neori-Kick hatte das große Herz. Sie hat nichts mehr, von dem Sound von Dingen. Sie hat nicht auf die Unterschiede, die zwischen Rennen und Dannen. Ja. Es war Neori, die mir erst gezeigt, dass solche Dinge überhaupt nicht möglich war. Und dann hat sie meine Leben gerät, indem ich zurück nach Danna zurückgebracht. Nicht nur das, aber sie williglich bleibt auf Lennigis für die Sache von ihren Leuten. Es klingt, dass sie ziemlich die Heroin war, okay? Eine wirklich künstliche Person. Das ist, als ob die Wolle nichts bedeutet für sie. Diejenigen, die 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 Rennen von den Dannen, oder sie von anderen. Sie hat nichts dafür für sie. Das bedeutet, dass sie nie überhaupt nichts zu verbrechen, in der ersten Zeit. Ja. Ich glaube, dass du richtig bist. Ich habe nichts über das gehört. Du hast diese Vergangenheit. Sie wünschst für die Welt. Ich weiß es nicht. Sie ist ein bisschen wie eine Lodestar, die unseren Weg steuern. Sie zeigt uns, was wir darauf anwenden können. Schöne Worte. So. Und hier, passiert noch was? Der Sockel, auf dem das Rednerseimer vor 300 Jahren stand. Jetzt verströmt er keine Spur von Macht. Schade. Okay, gehen wir runter. Äh... Von wo kamen wir überhaupt? Wo ist so ein Sonderbereich? Jo. Macht Sinn. Dann geht's nach oben weiter. Auf wen oder was, wenn wir uns hier wohl treffen. Übrigens hier der Ort selber. Erinnert schon ein bisschen an den Keil, oder? Also, ich noch einen Keil. Tiefen Teleportationsraum. Oha. Na gut dann. Teleportiere mich tief. Wird wohl endlich mal Zeit für ein bisschen Bossfight mässig, oder? Also, ich bin... Ich bin... Ich bin... ... 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